Ja, 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 also das finde ich jetzt aber nicht so lustig Nein, das wollte ich nicht Ja, ist okay, let's go Okay Oh, schwul Oh, homosexuell Homosexuell Baseland Weltraumland Hä? Wie macht der Name keinen Sinn? Ein Land im Weltraum? Es ist ja so eine Attraktion, es ist ja so ein Bühnenspiel, glaube ich hier Police Wie ich einfach immer nur das Kleid habe So Leute, heute zeige ich euch Baseland Aber das kennt ihr eigentlich schon aus dem neuen Mario Party Heute zeige ich euch Aidsland Aidsland Das ist Bowser Wenn ihr verliert, würdet ihr euch mit Aids infizieren Das ist doch gewinnt lieber So, und jetzt werden wir rausfinden, wer anfängt Ich Ja Das war natürlich klar Juhu Juhu Ich bin unser Mario, weil Mario reitet mich ja Und ob ich es unterlösen Lass mich euch zeigen, wo ihr den Stern findet Damit ihr nicht stets wie sie reiten kann Hier links, aber geht nicht so oft in die Mitte Weil es explodiert alles und dann verliert ihr auch euer Geld Darum ist übrigens mein bester Freund der Boohoo Und mein zweitbester Freund, Baby Bowser Aber zu dem leut ihr nicht hingehen, da ist ein Arschloch Drei Drei Juhu Wie das so komisch gelingt, Alter Next Gleichzeitig Und los Ich hab den pinken Okay, ich muss immer Peach spielen Alter Wenn ich das nicht gewinne, bin ich täuscht Dann schaust du ein Jahr lang kein Fußball Richtig Kein Jahr kein Fußball Und ich hab's mir eingeschworen Junge, kann noch was passieren? Okay, ciao Alter, das war echt krass Alter, der fliegt ja noch Mützi, du hast doch auch A und B gleichzeitig gespamt, oder? Ja, aber ich hab die gleiche Hand benutzt Ich hab meinen Zeigefinger auf B Und meinen Mittelfinger auf A Und da hab ich gezittert Ah, oh, scheiß, was ich gemacht hab Ich hab das gar nicht gemacht, aber nur mit dem Daumen auf beide Ich glaub, das, was du gemacht hast, wär besser Alter, Alter, wie Peach einfach fucking heult Yoshi, was macht der für ein Gesicht? Der macht den Morshu-Blick Ah, krass Mützi, der macht den Morshu-Blick Musst du nix mehr drauf achten Boah, cool X2 Ey, aber immerhin muss ich nix zahlen emnene Ja, der值 aber auch nicht Komm, jetzt lass uns alle auf der Bank laden Ich werd so funny Ok, jetzt machen wir eine Zwei Ach, Max, Party Pooper Du Pooper Du Poop Ich muss zahlen Ja, immer Ja, weil du soul Ereignisfeld ich will wissen was du das machst aber! wenn du Links dahins gehst du kommst du am Stern aber du hast halt kein Geld ABER DU HASST KÉIN GELD!!! was ist eigentlich dieser Blitz? ach Blitzets Duell wenn du willst wegl du einen Schlüssel für okay dann nich ich hätte halt gemacht wegen fragezeichen Feldern ne die zählen nicht dazu die blitzel NEIN Ne, nur Fragezeichen, Zettel Fragezeichen Null Oh, schau mal, wo ich lande Schau mal, wo ich lande Item, Item, ja Witzig, irgendwas cooles Nicht wieder A drücken, Moment Oh, das kann ich nicht Hau den Lukas, okay Wo ist der Lukas, ich hau ihn mal Hau den Lukas, der Typ da mit Lukas, der mitspielt Wiederholt A, ausholen B, zuschlagen Wenn du zu kraftvoll zuschlägst, palt die Rakete zurück Wenn sie bei Baby Bowser stoppt, hast du verloren Also auf dem Bild da, bei dem Icon, sieht man die Lampe, ne Ich will das euch nur sagen Ja, aber du hast Goldpilz und Wo ist Goldpilz? Ja, natürlich das Beste Natürlich ganz oben Ich hab keine Ahnung, wie das geht Ja, mach einfach mal Ja, ist so Behalte dich mal Bis einer von euch immer was Gutes kauft Könnt, ihr könnt mir gerne irgendwas schenken Ich bin ja die Prinzessin, ich bin ja die Frau, ihr könnt mir ja was schenken Ich bin schwul Könnt mir trotzdem was schenken? Yeah Oh Jogi, ich bin mit dem MPC Obwohl das könnte gut sein Nein, Mike, wir sind zusammen Ich bin Mario Achso, ich dachte gerade, ich wäre Yoshi Was musst du machen? Bob anschieben, A wiederholt, spam und dann einsteigen und lenken Okay Hast du verstanden, Max? Also Arsbär und ein Lenchen Ja Ja Und die Musik Tenfix, I have shopped up my arse My brother, my brother, my brother Und nach vorne halt, nimm mal nach vorne halt Apropos Arsch, warum sieht man hier das Arschloch von dem fucking Ingrid, ey Dann Hä, was ist das noch ein X? Tenfix, I have shopped up my arse tenfix ... shopped up my arse Oṣ Ich steuer nicht so gut, ich weiß Panz by will Ü estilo Komm Wurden wir hier nichtlinear mal so richtig verarscht, wie wir so runtergefallen sind so irgendwie einen Millimeter und dann haben wir voll rum gebaunt Ja Ja Das war nicht an der Stelle, aber das war das Minigame Junge, wir sind so schlecht gerade Oh, los! Nein, das tut mir so leid Wir sind so dumm Ach man, ich brot das Geld Hier links waren wir irgendwie so ganz knapp und dann sind wir nochmal so ziemlich hingedägt Ja Ja Alter, aber wir nehmen die Kurve gut Wir nehmen die Kurve gut Ja, ja, ja Okay, wir können schillen, wir können schillen, wir können schillen Alles ganz ruhig Mach langsam, mach langsam Mach langsam Ruhig, Brauner Sag das nicht, das ist rassistisch Was? Ich hab in der Schule schon mal verweist bekommen, weil ich das gesagt hab Ruhig, Brauner? Ja Hä, wie fändest du das rassistisch? Ja Frag ich mich auch Hä, ich dachte, das ist so ne Bezeichnung, ich sag mal so zu Pferden Ja Jürgen, wir sind bei uns die ganze Zeit das N-Wort gejobbt und wir kriegen keine Verwarnung Pfff Yeah, Baby Alter, jetzt holt er sich den Stern Witzig, ich hab dir zum Sieg verholfen, du solltest nicht gegen mich gehen Hab ich ja keinen Grund zu Okay, gut Okay, gut Ich aber Max Max Max, du wolltest links lang gehen Hi Toad Yeah Ich hab kein Geld Ich hab kein Geld Ich hab kein Geld Trotzdem wärst du dann beim Stern Trotzdem wärst du dann beim Stern Ja, Luigi hat auch kein Geld Aber er geht auch trotzdem lang, oder? Ja, warum nicht? Der landet auch noch auf Rot Ja, die sind so dumm Ich lande bei Bowser Jr. jetzt Oder bei Baby Bowser Aber er klaut ja eh nur hin Ja, das ist ein Problem Duod 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 Aber habt ihr's gesehen, der hat gesagt Jetzt gibt's Ärger und es kommt noch herter Hab's nicht gesehen Der Stein gehört dir. Na? Bitch. Bitch. Das heißt, du würfelst nächste Runde eine Eins und dann gehst du mal die Münzen. Pinguin-Rennen, weil da hatten wir das nicht gerade. Nee, das war Bob. Ach, das ist das, mit A-Spam. Aber nicht zu doll Spam. A-Spam, aber nicht zu doll, okay. Alle gegen den NPC, aber der ist auch schon hart, ne? Man darf halt nicht zu schnell machen, weil sonst stolpert man. So, Joschi, ich übergebe den Fisch. Bring ihn zu den Pinguin-Babys. Tritt! Bonk! Bonk! Ich bin dran! Ey, Bitch. Ey, Frau, nimm das Baby. Okay. Los, 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 los! Alter! Was denn? Ich hab extra auf ihn gewartet. Ich dachte, der kommt jetzt noch. Oh mein Gott, die PNGs freuen sich. Yee! Das ist so geil. Damals auf dem CRT-TV konnte man das gar nicht erkennen, aber hier siehst du es halt offensichtlich. Jogi, wie glücklich Joschi gerade aussah, Alter. Das hätte er grad die riesigste Melone ever gegessen. Was hast du so im Angebot? Schlüssel für 10. Aber lohnt sich. Man kann's zum Buh. Ja, aber so viel Geld habe ich jetzt auch noch nicht und ihr habt ja eh keine Sterne. Äh, ich schon. Hier diese Runde kauf ich mir den Stern. Ja, aber du hast mir ja nichts getan. Also noch nicht. Aha. Ich hab auch's nicht. Ne, ich lasse es. Es kommt ja eh mal ein Itemladen. Ich hab eh nicht so viel Geld. Das ist toll. Ich bin der Flitzerblitzer. Was soll das auch mit stillen? Äh, wenn du den Flitzerblitzer anmachst, also die Polizei, und dann läuft jemand auf dem Fahrzeichen fällt, dann wird er die ganze Zeit durch die ganze Map verfolgt. Bis er wieder am Anfang ist. Ne, nur eine Straße. Ne, es kommt drauf an, wie viele Flitzerblitzer du eingestellt hast. Ja, okay. Ich werde sie überall kaufen. Aber was ich so gemacht habe, war gar nicht mehr so dumm. Weil jetzt kommt der ja unten wieder raus, aber du kriegst den Stern ja eigentlich eh. Du kriegst das doch sowieso nicht. Also war es doch dumm. Ja, wenn du da jetzt nicht wärst, wär es gar nicht so dumm gewesen. Ba%, 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 ba&, ba&. Du bist ja lustig... Ja, okay, dein Sal, es wird doch der lustigste. Also würde ich jetzt함 ja sagen. Was bringt es jetzt, Kai, wirst die nicht? Also guck mal, lass mich dir ja fragen. sorting das Bild von Mario! Wenn du ja auf ein Fragezeichenfeld kommst, dann kommen da solche Rowdis und die jagen dich die ganze Straße runter. Magst wenn jetzt... wenn wir jetzt ein so eine polizeiwache aufstellen jagen die einem eine straße weiter runter war dann rechts noch eine aufstürze noch eine straße weiter aber hat er keinen körper magst wenn du jetzt auf fragezeichen landen würde es aber ist kein flitzer blitzer passiert nichts doch dann wird man trotzdem eine straße weiter gehen echt ja oder zurück okay wusste ich nicht das ist jetzt mama man steht ja luigi ihr seid beide dort ja du bist du kannst auch dahin wird schwierig du kannst ja super easy hin wieso denn mal einmal nach rechts und ich glaube nach rechts ja gucken wenn du nach rechts geht es kannst du da kannst du sogar noch ja aber ich habe kein geld ja egal du kannst ja im kreis laufen muss theoretisch nur ein mini spiel gewinnen und dann hast du dann eigentlich selbst du hast recht danke mit sie nur welche in die luft gespringen welchen geld habe das kann natürlich auch passieren ja mag das haben wir klar bomb bombi gerechnung auch das gehen wir ja echt das sind keine baum es ist ein toads schiffen den mario facts man das war so alle 19 ich habe ich bin mir sicher ich bin mir auch sicher markt bei 18 ok jetzt alle haben sich um eins verzählt und was gewinnt das wäre es jetzt nicht magst du musst daran denken da sind auch so fake totes hättest du jetzt auch gemacht hätten wir alle gewonnen ich wäre das risiko eingegangen sonst wir hätten alle verloren der blick warum macht er das jetzt gibt es ärger und es kommt noch herter ja warum hat er jetzt so lange geworfen sich zu entscheiden lass sie ihn doch wir müssen nachdenken brauchst du einen sound clip alter wir brauchen sound clip von diesem tja max den hole ich mir aber jetzt das ist dir bewusst wenn du niedrig würfelst ja max wenn ich jetzt niedrig würfel hättest du ihn bekommen können alter ganz knapp noch ganz knapp noch ja max hast du glück gehabt aber ich ziehe zuerst jetzt bereue ich schon ein bisschen da ich bin ich den pilz gekauft habe aber kommen zehn münzen für den pilz ist halt schon teuer in diesem spiel und eben hatte ich noch nicht so viel geld ich hätte ja auch das mini spiel verlieren können alter lüge springt uns einfach gleich in die luft ich hoffe man verliert dadurch keinen stern ach das ist einfach nur ausweichen da kann man aber auf andere springen kann man auch stamm verpacken ich glaube wir haben links angemacht ne und start du bist ein blick da vorne man kann auf die köpfe anderer spiel aber ich steuung ist ja übelst ja übelst ich hab schon gewonnen ja aber die steuerung übelst schietes ich habe den baren schlägt einfach in die luft bamm bamm vor allem auch zweimal einmal reicht nicht ne zweimal um seine dominanz zu zeigen ich habe zwei sterne aber verlierst du sowieso jetzt also das für mich hat aber nicht so lustig das finde ich jetzt aber nicht so lustig das hat max überhaupt nicht verdient und ich ja deine 7 cent auch noch mehr ach so ok ich dachte das zieg mir alter max du tust und sein ganzes geld verloren ja ist klar ok gut ich werde ausgerassen wenn er ein sterben gewesen du tust mir echt leid ich bin halt der sacke hier das ist einfach nur betrug das ist einfach nur betrug ja und natürlich hätte er noch genug max wenn du irgendwann das geld dafür hast darfst du mir einen sterben klauen ich erlaube es dir aber hier ist auch noch ein buch so störst du mich wenn du keine münzen besitzt buchu verschwinde buchu versteht ja weil sein name ist buchu ach jo hier ist knallt ist knallt aber max keine angst du hast sowieso nichts zu verlieren du kannst hier nur gewinnen ziehen du kannst hier nur gewinnen ziehen ey wenn jetzt münzen für bowser kommt dann schenkt er dir gleich 10.000 münzen bonus was ist das denn Toadiepiegler ich werde die Anzahl der Toads aus dem Spielfeld erhöhen was und einer davon ist fake hokus pokus filibus aus 1-2 ist das nicht sensationell und einer davon ist fake ja wow und die haben jetzt auch die plätze getauscht ist klar jetzt ist der Toad weg warte mal ich sehe doch drüben noch einen Toad welcher mag der echte sein ja einer ist der Imposter bomb jetzt ist der Stern vor meiner Nase verschwunden geil eine Attrappe auf deutsch eine Attrappe warum konnte nicht 15 Münzen für Bowser kommen weil du null hast dann hätte er dir Münzen gegeben Leute ich habe kein Geld mehr irgendwer Mitleid du 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 méth pine 위에 große schlussrufen jetzt ja cool glücksspiel für kleine kinder los geht es gibt jetzt was passiert gar nichts doch guck mal ich hab dir geholfen wusste dank ich sag ja wenn man mit null münzen bei bowser landet und dann wieder die münzen abzocken dann schenkt du magst wusste dank danke wo ist der funk maxi sind im team ich kann das spiel nicht gut ist einfach nur drücken und dann noch mal arm das im richtigen timing loslassen ja arg und richtigen timing loslassen schon verschissen alter du brauchst halt so lange um wieder zu recover das ist halt so trash mann jungen das ist so scheiße mann das timing ist so fies das ist halt übelst scheiße das timing aber ihr habt gewonnen wo ich mir jetzt am besten lang ich muss sagen nach unten links du kommst aus dem battle minigame wenn du jetzt nach links gehst ja das will ich eigentlich nicht das ding ist der stern ist halt in die richtung andererseits will ich es riskieren lieber nicht ich könnte ja theoretisch von meiden stern weil er hat zwei hat denn nichts getan ja aber du hast zwei sterne so aha nur weil ich zwei große runde dinge habe willst du mir aber was tun ich könnte auch dem geld klauen dann hat er nicht genug geld um dir ein stern zu klauen dann habe ich noch was gut bei dir ist dann halt die frage ob ich mich dann auch mal verlassen kann dass er mir dann auch nichts tut also ich habe sowieso kein geld auch gleich auf der bank land und dann 30 minzen einsetzen fahrende war was ist das echt dem ja wieso heißt es denn auf deutsch fahrenden wir war auf englisch ist also max du weißt das ist oder nur ich will dir nur sagen am besten so langsam drücken wie möglich weil der verarscht richtig hart hier also wirklich hart du siehst ja um die lakete wenn er weg ist dann hast du es ist keine zeit mehr sie sind genau das meine ich genau deshalb habe ich hier abgewartet ich habe jetzt gelernt nach den letzten malen spielen jungen dieser schrecksack alter ja ich war schneller hö 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 ich war schneller als er habt ihr die mission gesehen ich verstehe als er nicht nur wegen dem lag ja ist klar junge nur das ist sowieso scheissreich man ah ehren mario ja wie schnell drücken deshalb haben wir ihn auf harte gestellt ne 16 besser als 15 aber er hat immer noch genug für nen sternclown ein clown oh item spiel hau den lukas ich bin auf nummer sicher gegangen got items got items gold hoho ho 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 Roosterstern hast du hier kein Geld ich hab 16 Münzen Alter ich will nicht so hochwürfeln jungen ich hab kein Geld und mike hat schon 2 sterne, würdet eigentlich schon 74 Münzen als er müssen wir alle kämpfen jetzt das soll ich heute mir in den augen suchen jeder gegen jeden aber er hat das lüte kein geld mehr also der darf bloß nicht gewinnen der darf auch nicht zwei wildes ausschneiden was ist das was muss man da machen ach das ist das mit 30 münzen einfach nur wüsstig einfach nur nachzeichnung ja also das mit dem lag wenn du hier donkey kong als spieler ausgesucht hast das richtig kackle echt also weil du nix siehst die schnauze ich sehe nichts ich habe verloren der meiner ist so richtig scheiße ich habe verloren guck dir meinen an alter was ist das guck dir meinen an vielleicht hallo guck dir meinen an jorge guck doch wie scheiße meine ist ich habe überall daneben jorge du hast einen punkt mehr als ich warte ich kann mir den sternen leisten ich glaube ich weiß ich kann mir nächste runde den sternen leisten bitte such mir mal bitte den sound raus gleich okay ich pack den ja das ist zu geil schleicht dich ist das was mit dem kettenhund da aufwacht ja ich glaube schon ich weiß nicht wie das funktioniert ich kenne das ich kenne das aber ich weiß nicht was geht und guck du brauchst halt guck wie lange du brauchst um dich zu verstecken also du musst halt wirklich im fast drin sein sonst zählt das nicht hä wie bist du denn im fast drinne einfach loslassen alter eins zwei du brauchst zwei sekunden sobald du losgelassen hast wie kannst du das erkennen einfach raten naja seine blase da plotzt dann ah ok immer wenn die groß wird ich hab ich hab vor ewigkeiten losgelassen und der ist noch im schiff gelaufen dieses spiel ist so der letzte rotze alter ich war in der animation verdammt der sch*** ach du leck mich an am arsch lol alter du kannst es doch schaffen oder hast du schon gewonnen automatisch nee du musst noch raus ok auf nummer sich da genau das ist mir auch passiert ich habe schon losgelassen und der läuft noch mal unsere echte n64 ist wirklich überlastet mit der online mod ihr müsst euch das so vorstellen ich habe so eine n64 mit so einem riesigen online modul drauf gesteckt ach ich weiß nicht ihr habt kein mike hat geld ich kann mir den stern jetzt leisten stopp ich kann mir jetzt den stern holen du kannst nichts tun außer halt jetzt so ein schalgei rufen meinen schniffel du stehst da aber was wenn das der faker ist ja dann habe ich pech ja deshalb weiß ich nicht ob ich jetzt nach unten oder links gehen soll wie sieht es mit luigi aus luigi hat ja auch super viel kohle joshi da steht nix ja ich bin doch nicht ich hab gar nicht ich bin der größte verlierer hier marx das ändern wir noch luigi ist da oben ja aber was wenn wenn der stern jetzt echt ist und dann geht der stern nach unten rechts komm ich geh nach links da habe ich noch die meisten optionen wenn mich jetzt gleich den stern dann kriegt du bist doch reich was auf jeden fall den münzstern mit sie bisher gewinnst du bisher mein geld mein geld ich habe mir kann mir jetzt nicht mehr leisten ich hab kein geld mehr also sollten du und ich im finale sein mike ich gönn dir den sieg danke och ne das ist der letzte trick ich geh nicht auf dich mike danke was ist das och neeein das ist sch***e tasche greifen also mit a springst du und mit b klaust du oder du schlägst er an ha ha bau guck mal bisch slap bisch slap bau 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 ne einfach nur b guck b wiederhol drücken ok b spammen nein warum geht er auf mich alter ja ja komm herr joshi danke hallo hallo ich brauche das Geld ich brauche das Geld ich brauche das Geld ah ist klar ich hatte natürlich das meiste Geld ich hatte den goldenen natürlich nein ja steht das aus meiner nein bitch nein bitch ach komm ich verliere natürlich am meisten Geld es ist so lächerlich ja ich kann mir den Stern nicht mehr leisten max schon max schon dann kann ich jetzt den Stern leisten ja dann max würfel mal hoch ja max dann würfel mal ne 10 das ist keine 10 steuern bitte 1 1 1 wie wir sicher gehen ein falscher futz 50er 50er ich was willst du damit sagen ich bin der echte Toad oh zu schade ach so man gibt einfach 20 aus und du musst einfach hoffen dass du es beim richtigen bezahlt hast ja ja das heißt wir wissen nicht einmal ob das der richtige ist eben das ist ja das Problem was ich glaube ein falscher 50er Jogi es ist so ne 90er line Skateboard oh nein 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 A spring und B spammen los gehts es lohnt sich aber wirklich erst am Ende abzugehen echt? ok ich glaub dir ja weil hier kommen jetzt noch die ganzen Hindernisse ja hast recht ja wow da konnte ich voll reagieren weißt kommt glaub ich noch Geld ich hab Geld let's gooo tschau tschau Max ja sch** ich bin voll weit hinten HÄDEK alter ja klar ja Luigi gewinnt das oh Junge der hat alles aaaaaaah f**k alter kann ich mein Geld zumindest ja ich glaub das hast du erbeut glaub ich heule auf keinen Fall schaff ich niemals Na Luigi doch jetzt so ein Malte im Spielen ah dass wir das noch sehen müssen also in späten Mario Partys ganzer skippen ab Mario Party 3 kann man das ausstellen natürlich hat er die Zauberlampe und den Buhu und so wie ich ihn kenne wird er instant die Zauberlampe bekommen jetzt zugucken ob wo man das drücken muss für Zauberlampe bei der Sternschnuppe ok bei der Sternschnuppe ok bei der Sternschnuppe ok merk ich mir fürs nächste Mal ja aber mit sie bevor du rumholt ne ich hab ne Kiste also entweder setzt du diese Runde ein ach stimmt und ich mach 50 50 Chance oder ich war auf nächste Runde bis du dein Item eingesetzt hast rechts oder links rechts oder links das ist jetzt die Entscheidung ja Max hatte 50 50 Chance jetzt muss ich entscheiden links oder rechts rechts um 50er gehen oder dort hin du musst für dich selbst entscheiden ich kann nicht helfen ich versuch nicht es ist Zufall welcher der Richtige ist mir geht zum 50er ok yeah gegen Glitzerstern ohhhh aber man kriegt keinen abgezogen man verlierst halt nur 20 Münzen ja reingefahren die sind unglaublich leicht blöd man das ist äh ist echt Marc kann ein Item bekommen das ist eigentlich schlecht weil da krieg ich meine Kiste nicht benutzen zu hohes Risiko oh Geisterglocke es sei denn Marc holt sich auch die Kiste also bei der Sternschnuppe ach so für die Glocke ja bei der Sternschnuppe hinten dran warte ungefähr ja warte hier drück mal ja ein bisschen mehr noch ich glaub damit kannst du den Platz mit dem Spieler tauschen ja aber ein zufälliger ok soll ich meine Kiste einsetzen oder warten ich weiß es nicht entscheid du das war so klar es war so sch*** klar Mann ach mann ich hätt ihn jetzt echt gebraucht im Pils hättest du nein gesagt hätte ich es nicht gemacht ja aber oh wir explodieren jetzt übrigens wo ist der wo ist der Bowser oder das ist random der schießt ne der schießt immer genau diese bahn immer immer ja immer diese bahn warum man merkt sogar die ist so ein bisschen grau die bahn merke ich nicht 1234 das ist lustig max warum kann ich louis jetzt stehen gut da ist niemand wird geskippt wir sind im team ja gut schon ich hab den pilz nicht eingesetzt oh nee ist es das was ich denke ja das ist die strahlung ist übel schlecht das ist das größte spiel ja ja mit wir sind im team ich muss nur a drücken vorwärts torpedo ab lenken und abfeuern lenken ok ja du kannst ihn dann auch noch ein bisschen lenken du musst einfach nur a drücken wenn du ein ziel siehst kannst du ein bisschen steuern ganz ein bisschen lenken das ist zu weit dadurch bei mich bei mir ist das dumme ist man sieht halt nichts mehr das ist halt so schlecht gemacht vor allem die steuerung ist kacke kameras kacke es gibt nichts gutes an dem spiel wo ist denn das nächste ziel digga kriegst dich mal irgendwie ein wahrenhinweis so hier ist gerade was gespawnt geht hier in die richtung nichts kommt einfach muss einfach hoffen dass du was findest luigi ach da ja alter hat uns getroffen darum ist ein fisch ein fisch lieben ja wir haben gewonnen wir können chillen was soll denn ich hoffe dass jetzt noch 2 zu treffen wie wie haben wir es geschafft ja wir haben es geschafft jürgen 2 reicht na komm tritt 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 noch ne du hast zu weit nach unten geguckt ja also bei mir sieht es gut aus mit dem spielstern bisher ja bei mir auch ja also bei mir sieht es aus münschstern sieht auf jeden fall gut bei mir aus achso ja stimmt den jetzt ja auch hä warte aber zu welchem kommt denn der zirn zum echten ja der falsche ist jetzt weg achso und selbst wenn man die lampe ansetzt man kommt immer zum richtigen äh ja sind es lächerlich da hätte ich vielleicht doch woanders lang gehen soll vielleicht schlechte runde reset nein ja komm sei leise ich hätte nach rechts gehen sollen das war jetzt dumm da habe ich nicht nachgedacht ich habe vergessen dass der noch seine sch*** sauberlante hat ja wow da komme ich jetzt nicht mehr hin man ich hätte einfach nach rechts gehen sollen ich verdammter vollidiot ja mach ich mir beide nicht doch Mike hat gute chancen weil er hat Geld ja ich weiß das alter wie viel ist da drin uhohoho hast du verdient hast du richtig verdient zumindest hab ich ja Geld danke mit zu übrigens geht's überhaupt nicht ja trash ja dafür dass es zehn münzen kostet ist der pilz echt trash obwohl ja nett komm zauberlante zauberlappe zauberlappe zauberlose ahhh Ja und, hab ich doch! Hahaha, Opfer! Puzzle fix, das war wohl nix. Ach, da ist es. Ach, mein Game! War ich richtig gut drum. Let's go. Dreh mal mit Stammattacke. Äh, LZLZL. Ist das eh, ja. Wuhu! Geht nix. Doch! Drrrrrt! Jetzt kannst du ja nicht schocken. Kann ich nix für! Oh, das wird knapp! Oh, das wird knapp! Oh, das wird knapp! Ne. Du bist einfach so gut darin. Da kann man nicht echt geschlagen. Tja! Ist halt easy. Ja, aber wenn man zu tief springt, kann man halt keine Stammattacke machen. Ja. Und ich ärgere mich jetzt extrem. Immerhin ne gute Zahl. Probe ich noch zum Item bleiben. Ja, nimm halt meine 5 Münzen. Steuern. Was hab dann so? Uh, Goldpitz. Goldpitz. Oder hol dir den Skelettschlüssel, dann kannst du behu... Oh, Schuze! Hol dir den Skelettschlüssel! Kannst du nur die den Stern klauen. Kann ich mal kurz die Karte sehen? Okay, hier geht's nur nach oben. Ja, okay, dann hol ich mir auf jeden Fall den Schlüssel. Ja, hätt ich auch gemacht. Direkt neben der Polizei. Oh nein. Jetzt darf nur keine Sch*** passieren. Oh nein, wo landet der? Ich bin zölf. Ja, okay, was will er damit? Geldclown! Der wird jetzt eh weggespült. Ah ne, noch nicht. Hä? Pedder, alter, dieser... Was? Ist los mit ihm? Der wird für ihn dann gleich noch zum Geister kommen. Jetzt steht der am Rampenlicht mit sie. Soll ich? Ja, ich hätt's gemacht. Nein! Nein, warum nicht? Nein, ich will doch zum Geist. Achso, ja, magst du? Das kann sein, dass ich auf Mike nehme. Ich habe nur zwei Felder. Laufholz im Nahe. Äh, der Stern... Da musst du rechts lang, glaub ich. Ja. Ja, rechts lang für den Stern. Rechts und dann nimm's. Und den hole ich mir jetzt. Nächste Runde auf jeden Fall. Noch nicht. Joschi zieht vor dir. Oh nein, das ist das... Was ist das, was man auswunsch? Weißt du, wie man das Spiel auch nennt? Draw! Draw! Mein Lieblingsspiel. Zeichnen! Ey, ihr könnt voll unter meinem Rock schauen. Lass das mal. Wo guckt ihr denn hin? Ich hab die Ablenkung. Ich hab die Ablenkung. Ich hab den besten Charme. Oh, das ist aber die rutschige Map, Mitzi. Hier ist es schwieriger drauf zu bleiben. Wie ihr sehen könnt. Alter. Das ist nicht die Draw-Map. Ciao, Mitzi. Alter, was habt ihr gegen mich? Ich wurde hinter dir angeschlodert. Ich kann nix dafür. Weg. Komm, magst du wie Team? Wie Team. Dann kriegen wir beide Geld, oder? Dann kriegt niemand was. Ne, wenn... Wenn alle noch stehen, ist Draw. Machst du auf! Du alter Knacker, du. Ey, ich bin jünger als du. Ja, okay, stimmt. Jünger, es ist einfach Draw! Draw das Game. Tradistisch. Jetzt stirb endlich! Mal, so Party 1 war es noch schlimmer. Mann, Alter. Man bräuchte echt wirklich so einen Dash einfach, dass man so Leute an den Rand locken kann. Ja, niemand kriegt das. Das ist dann halt aber auch risky. Bitte keine 2. Bitte keine 2. Oh Gott, Alter. Bitte, bitte reicht das. Bitte lass das reichen, bitte lass das reichen. Ja, es reicht! Natürlich geh ich hier leer. Hier nö. Alter. Äh, Mützi. Chance-Time. Okay, ich wusste gleich, dass du das magst. Oh ne, ey, komm. Muss das jetzt sein? Aber es gibt doch 3 Münzen. Dann will ich das einfach aus und dann ist alles gut. Dann kommst du, Max. Nein, das wollte ich nicht! Ey! Ganz ehrlich, das ist mir egal. Max hat's verdient. Max hat's verdient. Max hat's verdient. Wenn jemand meine Sterne bekommt, dann Max. Äh, Mike? Ja? Du weißt doch, dass ich das nicht wollte, oder? Äh, ist okay. Ich glaube, Max einfach wieder. Hallo? Oh, ich dachte, da kommt jetzt so als nächstes 3 Münzen und dann ist alles gut, aber ne. Wie gesagt, Max hat's verdient. Er wurde so verarscht im Spiel. Der hat auch einen. Ja, gut, aber... Der hat kein Geld. Was will er? Ja, aber so viel Geld wird er mir nicht klauen können. Er wird noch schnell klauen. Tch, bitte, bitte. Nein, ich hab das weiß. Aber witzig, wem steht's eigentlich gleich, nen Stern? Äh, Luigi. Mia kannst du nix mehr klauen. Na, das war 20. Seht ihr das? Wir haben uns an, der wackelt und ich hab ge... Na, oh ne, das geht ja mal. Aber ich hab gezittert, Junge. Zitane. Du hast doch genug Geld, ein bisschen. Spann dich. Ja, ist alles gut. Nach links. Ja, war klar. Der denkt wirklich noch, der kriegt den Stern. Naja, wenn du jetzt... Wenn du jetzt breite Scheiße würfelt. Max? Max, tu es nicht. Max! Max! Tu es nicht! Was ist die Party im Arsch? Oh, er hört sogar auf uns. Du kannst es gerne machen. Nachdem ich beim Geist war. Ja. Ich denke, ich hätte technisch gesehen auch zum Geist gehen. Du hast nicht genug Geld, das ist unsinnig für dich. Lass mich doch lieber dem Luigi schaden. Alter, du kriegst den Stern! Du kriegst den Stern, Max! Du Lacker ey! Max glaubt mir erst mal ne Sterne und holt sich dann den Nächsten, ist klar, ne? Nämlich! 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 Ich muss auf jeden Fall als nächstes versuchen, auf ein Ereignisfeld zu landen. Ich danke für diesen Blitz. Was macht dieser Blitz nochmal? Ne, der Blitz zählt nicht dazu, heute meint er mit zu. Nein! Äh, Max! Witz, die kann sich jetzt den Stern nicht mehr leisten. Ah doch, keiner. Okay, doch. Alles in Ordnung. Alles in Ordnung. Kann ich das Geld haben? Einfach nur, weil ich es haben möchte. Ja, das ist verrückt, das ist nifty! Oha! Shoplifting oder was habt ihr jetzt? Das ist Massen schneiden. Oh, das ist geil! Oh, das ist geil! Ich liebe es! Wenn ihr B drückt, resettet ihr das. Also nicht B drücken. Nein, ich bin nicht schlecht darin. Ich bin richtig gut darin. Äh, Peach, okay. War Luigi einfach. Nein, das wollte ich nicht! Wohl, doch wollte ich, Alter. Ich hab's perfekt. Ah, ne. Oder? Doch. Na, du willst ja vielleicht mal ein bisschen rum. Ja, hier oben geht's gar nicht hoch. Ich glaube, ich hab's perfekt. Ich hoffe, ich hab's richtig. Ich weiß nicht, ich hab die Ohren nicht gemacht. Nein! 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 Oh mein Scheiß, ob wir beide. Hä? Was habt ihr denn noch geändert? Die Ohren! Was war denn an den Ohren? Oder? Waren das nicht die Ohren? Oh, das war geil. Speichern. Ich hab nur Bart und Mund gemacht. Ja, ich auch. Aber dann bin ich ganz kurz an einem Ohr rangegangen. Hab gemerkt, das bringt nichts. Hab ich gelassen. Keine Ahnung. Hä? Wo ist eigentlich jetzt der nächste Stern? Ich hab gar nicht drauf geachtet. Oben, oder? Oben. Oben, rechts. Warte, wo bin ich? Ich bin hier. Äh, lag. Hä? Ach da! Oh, lol. Direkt beim Bubu. Aber Maya, guck lieber vorher nochmal wo du landest. Wenn du auf Fragezeichen landest, ist es ganz schlecht. Dann kommst du ganz nach unten rechts. Ne, das will ich doch. Nein, da bist du am Stern vorbei. Ja, bei mir juckt der Stern auch nicht für den Brunostern. Achso, okay, gut. Jetzt, ob ich den überhaupt bekomme. Ich meine, ich kann es versuchen, aber ich glaube nicht, dass ich ihn bekomme. Aktuell bist du am nächsten dran. Ich wäre am liebsten zum Bubu jetzt, aber. Da ist nochmal auf dem... Da... Rechts ist nochmal ein Bubu. Ja? Ja. Aber da brauche ich doch einen Schlüssel für. Ne. Nein. Oh nein. Och, Leute, ich... Ach komm, komm halt's Maul. Ich hab verloren. Ich geb auf. Trashgame. Nein. Und die dachten, das Spiel ist so gut, dass müssen sie unbedingt nochmal zurückbringen für die neuen Maleparties, weißt. Achso, ich muss anfangen. Ja, keine Ahnung, irgendwas hier. Ich gön Mario den 1 Cent. Oh, ja. Immerhin etwas. Zumindest kriegt Luigi den nicht. Äh, soll ich nicht ausschalten, Mario? Nein. Okay. Ehre. Ey, aber nicht mich ausschalten, ne? Hashtag Ehrenmann. Nicht mich ausschalten, Leute. Habt ihr verstanden? Äh... Nicht mich! Nicht mich, aber... Danke, Luigi. Ja, äh... Ich äh... Ich äh... Ich äh... Nein, da wäre... Als nächstes wäre Mike dran gewesen. Ja, Mike... Ja, du kriegst ihn jetzt so oder so, die Münze. Das kann man nicht so gut predikten von dort aus. Mach eins, mach eins. Da hab ich mir auch grad gedacht. Äh... Mike, ich will mal nicht so sein. Nein! Oder so, okay. Verdammt, jetzt muss ich mir 500 Sterne ins Medizin kaufen. Ich will das Geld, ich will das Geld, ja. Ja. Kommt, Tendo. Ja, können wir gern so weitermachen. Haha. Haha. Ah, ob das so gut war? Äh, eins, eins, eins. Master Davis, Master Davis. Der hat dann so oder so. Der hat das gewonnen, das gewonnen. Nein, er kann noch einfach zwei machen, jetzt. Ach so, oh. Ich hätte so, selbst wenn ich zwei, hätte ja eins gemacht. Hä, dann kannst du das ja gar nicht gewinnen. Ja, das hat Glück. Ah, wow. Geiles Spiel. Glücksspiel. Aber dann packen sie noch so einen großen Würfel, um so zu tun, als wäre da das Geld drin. Na ja, immerhin 13. Uuuuh. Der Sound, ey. Mann, wann wird dann gesagt, welche Tüte? Ich will's wissen. Nein. Sternenklauer hab' ich gehört? Wem denn? Hermann. Ja, 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 ja. Ah, ah, ah. Ah, ah. Here. Hii pii. Hie pii. Äh, wützi, was tust du? Was tust du? Ja, ich hab zu früh gedrückt. Ja, nein. Warum haben du drin mit dem, meine Mann? muss er denn jetzt auch bei hause was er dann doch bau so ja so 15 münzen verbausam buch ich ja jetzt sind ja von allen gell hat ja mit ihr das wasser mit dem sterne ich glaube ich habe irgendwie 97 oder so irgendwas mit 90 und das hat den fragezeichen stern und er wird jetzt komplett weil du bist hat max gewonnen jetzt muss ich ja auch einmal drauf mag sie beide kriegen den ereignis stern ok ok gut nicht so weit alle gegen luggie alle gegen mpc mit zerbogen und was das ist ein flugspiel das ist das trash game ja das alter nicht da kann man sich nur bewegen ja nur bewegen einfach ausweichen einfach nicht in die quere kommen kommt mir nicht in die quere lass mich in der ecke ja und ich bin natürlich bei den beiden tp aus ey was macht ihr hallo der toad das ist ausrechts max max 10 sekunden überleben nein nein max ein mal noch einmal noch gut gemacht ich bin ja so tritt so ganz steif gut gemacht max ich bin stolz auf dich er kriegt trotzdem geld ja tot umgebracht der baller so ein paar echos umgebracht hat ja den toadie little toadies item item ja und wo ist das gute item der goldpilz ist das gute item den kriegst du nicht ja aber immer bei der bombe nee jetzt weiß ich nicht das ist normal so ja kann ich nicht leben guard item und ich bin jetzt stark mit dem dass ich ihn einsetze behoben ja äh alle dabei nicht auf das zeichen geld oder nein noch nicht gut max hat bisher vier sterne ich habe bisher ein oder zwei mit sie hat entweder drei oder vier ja aber max hat kein geld warte mal in welcher runde sind wir 15 ok achso nächste runde wird bekannt gegeben wird ich bin verfolgt werden ich bin kriminell mann disco könig perfekte elektro was ist das überhaupt er hat das besteuert ach nein so heißt es auf deutsch elektroroller ich mag die englischen namen warte mal mike ich glaube du hast den spielstern weil du hast doch eben dieses eine game mit 20 münzen gewonnen stimmt aber du hast doch dafür dass ich gerne mit 30 münzen gewonnen oder weiß ich nicht mehr weiß ich nicht mehr ich meine nicht ich kann das überhaupt nicht das minigame auch wenn ich es mag alter hä wieso juli das ist so weißt du warum ich gestorben bin weil der charakter muss ich erstmal umdrehen obwohl ich schon die richtige totales jung gedreht ja das ist schade auf der es zum beispiel ist das viel cooler hier hast einfach gar keine kontrolle das ist denn das bullshit stimmt er ist auf hartst loll da komm da komm es doch fast neiiiin jungen erweckt jetzt mit dem vorn auf das was ich mach das lächerlich ich hatte keine chance ich hab noch nie gesehen wie die äh wie die äh die survivors das überlebt haben ja das ist halt so lächerlich so die sekunde wo ich halt schalte reagiert er sofort ja falls er noch nicht gewusst hat nur ich die cheatet aber wer cheatet noch was werden wir jetzt herausfinden aber ich weiß es nicht ich muss erst mal die anti-cheat fragen hm alter gib mir ne frena ja man ich bin anti-cheat ey ich kann nicht sagen wer das war das ist Mario alter Mario ist von der cheater ja ja deswegen stecken mir noch Geld in den Arsch ja ich bin überlassen ein bisschen das ist zu viel Geld aufgebrennt naja sie sind zu behelden und so spielt weiter doppelte Münzen und sowas ihr kennt das schon drüben ah du gehst du gehst du gehst du gehst du gehst ok gut äh was ist das für ein item magst wo ist mein Luigi äh drück mal b und dann drück mal r zl zl genau das ja da siehst du direkt wo alle sind also ich würde das einsetzen ich glaub du hast ne gute Chance ja ja jetzt zu tauschen sie mit Mario joo let's go joo let's go ja wax ist der MVP auf Anfang rum geheult und jetzt gewinnt er alter wax hat jetzt 5 Sterne ne hier hier Sterne hallo nein du hast eine eigene Sterne zusammen mit mir das heißt das 5 Sterne komm unten links unten links unten links ja 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 ey komm gönn mir das ist mal nicht ständig geklaut mit dir sag mal leise ja man aber ich wollte es doch gar nicht ue 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 u u u Sei leise, Witzi. Du kannst halt in die Mitte damit wieder, aber ich würde unten lang gehen, wenn nicht du wäre. Aber du musst uns selber entscheiden. Ja, nein! Komm jetzt nach unten links. Ich kann nicht entscheiden. Du landest auf Ereignis. Nein, leider nicht. Hast du nicht nur ne 1 übrig? Ne, ich hab ne 2. Alter, direkt bei der Explosion. Direkt bei der Explosion, Junge. Das ist so risky. Oh, den könnte ich mir holen. Den könnte ich mir holen. Dann bin ich wieder back im Game. Geil. Ach nein, Alter, komm. Alter, das muss ich jetzt gewinnen. Ich muss das gewinnen, ich brauch das Geld. Ich brauch dringend das Geld. Scheiß. Das gewinne ich nicht. Ich kann das Game nicht. Ihr müsst auf die Platte übrigens springen. Ja. Wo bin ich, wo bin ich? Okay, in der Ecke. Ich sag nix. Nein. Geradeaus. Nein. Nein. Lass es mit. Nein! Yes. Alter, ich kann das überhaupt nicht. Wie kannst du das so gut? Ich gewöhne mich schnell an die Widersteuerung. Das wird jetzt auch nicht mehr. Kein Item, okay. Ja. Das hat dein Item nicht ein. Ja, ich kann das nicht. Der sagt dann einfach nur... Was ist das denn Schlüssel? Ich sag das ein Pilz. Ja, weil da so ein Pilz-Icon ist. Ja, sorry. Oh, gut, dass ich da nicht stehe. Gut, dass ich da grad nicht stehe. Oh, deine Tür bin ich nutzt. Oh, die... Du, 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 du. Der holt sich den. Ah, nee, der hatte kein Geld. Der hat doch kein Geld. Stimmt, der haben wir ja alles abgedacht. Wir haben ihm so beraubt. Hehehe. Hehehe. Also, Max war das. It, it was me. Oh, 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 oh. Neee. Er hat sonst nichts auch nicht mehr am Ende des Spiels. Finde ich. So, Leute, was glaubt ihr kriegt den Stern jetzt? Ja. Die Antwort ist, ja. Bitches got it! Oder wie ich früher immer verstanden hab. Yeah, Mary Poppins. Okay. Ich bin wieder back and piss. Mary Poppins. Ich hab's null gehört drin. Ich muss da null gehört jetzt. Max, bei dir. Max, der... Oh, der ist hinter Max. Oh, man. Der ist hinter Max. Den kriegt keiner mehr. Doch. Zauberlampe. Wie viel hab ich noch? Wie viel hab ich noch? Ja, komm, was ich mit der Eins, Junge. Hä? Wo bin ich lang? Ich weiß, wo ich lang will. Ja, willst du nochmal Fragezeichen, ne? Das auch. Aber ich hab noch nen anderen Plan. Ich würd zum Buhu. Wenn ich Glück hab und viel hoch würfel. Schleich dich! Ach, warum denn schon wieder? Das zweite Mal diese Partie. Dieses Dreck-Game, ey. Ja, bis auch noch die Steuerung. Wir wissen alle Drehgeln. Wir wissen alle Drehgeln. Sie sind scheiße. Aber so schlecht find ich das Game gar nicht. Ich find die Idee ganz cool. Ey, die Idee ist cool. die Umsetzung ist scheiße. Ey, es ist lächerlich. Ich hab losgelassen und der läuft immer noch. Das ist so scheiße. Ich wasch, ich wasch jetzt, ich wasch jetzt. Ich hab's doch! Ich bin doch im Ziel drin! Lächerlich, Junge! Luigi kriegt den Minispielstern am Ende. Alter Luigi, sag das nicht. Ich will deine polygonischen Unterteile nicht sehen. Also bis hat Max gewonnen, egal was wir machen. Ja. Er hat 5 Sterne. Jetzt im Laden macht keinen Sinn. Da oben ist nochmal das Gitter. Wir sind jetzt vorletzte Runde, ne? Das schaff ich nicht mehr. Deshalb mag ich das in den späteren Mario Partys, wenn man random irgendwelche Bolo-Sterne hat. Weil dann kannst du das nicht halt so... Du kannst halt nicht schon vorher wissen, wer gewonnen hat. Das ist immer noch ne Überraschung. Man kann sich eher auf das Gameplay konzentrieren. Das find ich cool. Das wird nur was, wenn ich nächste Runde noch ne 10 würfe. Das hab ich in mein Feld verzählt. Ist das ein Pilz? Scheinbar. Man kann nicht wenigstens noch ein bisschen Geld irgendwem abluchsen. Wir können übrigens genau dieses Brett in Superstar spielen, was ich noch mal gesagt haben. Ja, weiß ich. Der hat ne 18. Alter, mit nem Gold... Mit nem normalen Pilz. Alter, hat das gleiche vor wie ich. Der darf bloß nicht mehr zum Büro kommen. Bloß nicht! Blöde Situation. Alter, nein! Jetzt hat nur Max den Stern. Nein! Schein! Schein! Alter, und er hat doch ne Chance auf den Sternen jetzt. Alter! Jogge! Witzig, warum hast du ihm zwei Sterne von mir gegeben? Ich wollte drei Münzen machen. Oh, bitte! Bitte Freizeichen! Nein! Nein! Schein! Geil! Ohhhh! 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 Zweite Mal in dieser Party! Ne, das ist was anderes. Hä? Ach das! Also basically, wir haben verloren. Ne, Luigi könnte ich treffen! Ach so, komm, also wenn der mich trifft, dann... Dann kein, ja, kein Fußball! Dann Joey auch ein Jahr lang kein Fußball! Und das ist der eingeschworen! Wo ist denn der hier, leider? Der ist, der ist auch schwer! Oh, das war aber knapp, Mike! Ach, danke! Jaaaa! Guuut! Als Eisespieler bist du halt so im Vorteil! Aber es ist schon herausfordernd! Ohhhh! 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 Wie das klang! Alter, ich krieg echt ne 10! Und danach kommt noch eine Runde! Ey, bitte land auf Freizeichen, Mützi! Ne, lass auf die Bank! Ja! Ich land schon wieder auf Tranzheim! Ja! Das ist gut, das ist gut, das ist gut! Nein! Nein, das ist richtig gut! Will Yoshi, will Yoshi! Yoshi, als erstes Mal schieben! Doch! Nein! 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 Bitte mit Mario! Bitte Mario! Bitte mit你好! Bitte mit Mario! Wir geraten raus! Da ist nur Sch*** dabei, ey! Das ist nur maximal aufs extr.. extremste! Das gibt es nicht! Ja! Ja, ja! Nein! 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 Nein, hätte ich knappen! Yoshi! Nein! Ja ja! 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 Nein, das wollte ich nicht. Danke, Mützin. Irrenman. Yoshi, ich hab dir zwei Sterne gegeben und du gibst mir alle zinsen. Man, ich wollte mich selber treffen. Wow. Aber Max entspann dich. Du kannst immer noch gewinnen. Du hast 3 Sterne und holte jetzt den vierten. Dann haben wir gleich viele Sterne. Alter. Also Max kann auf jeden Fall... Oh, Junge mit 10. Er holt sich den Stern. Ich würde wahrscheinlich Max bauen, oder? Max, du musst A-Spam, ganz viel A-Spam. Also ich brauche auf jeden Fall noch den Spielstern, sonst ist alles vorbei für mich. Hat Max noch genug? Hat Max noch genug? Ja, Max! Ja, warum brauche ich doch Chancen? Ja, was? Ich wirk so'n Geist. Was kann ich davon machen? Oder ist ich den Stern? Nein, oder nicht? Er kriegt den nicht, er kriegt den nicht. Guck. Noch nicht. Mach doch, ach man. Ich kann doch Geld verschwenden. Äh, Mike? Ja? Doch, Luigi hat den Stern. Hä? Wenn Max jetzt sch***würfelt, ja. Max? Mindestens ne 4. Oh, danke Max, danke. Ja, Max, siehste? Jetzt sind wir gleich auf. Nein, wir sind nicht gleich auf. Du hast 4 Sterne, weil du hunderbar urteillich ne eigene Stern hast. Aber Mike kostet mehr Geld. Ja, ich hab mehr Geld, aber ich hab kein Geld mehr eventuell. Den kriegt keiner mehr. Nee, das... Ah, Max, können sie ihn vielleicht noch... Nee, nächste Runde ist letzte Runde. Echt? Ja. Nee, dann war's das. Dann kriegt den jemand. Oder kriegt mir jemand, äh, 20 Münze. Nee, bitte. Was richtig geil wär, wär jetzt nochmal ein Münz-Mini-Spiel. Und dann mindestens 15 Münz-Mini-Spiel. Und dann mindestens 15 Münz-Mini-Spiel. Wär so geil jetzt. Was mach ich denn jetzt eigentlich? Ich geb dich auf Chance. Und geh ich mir ne Scheine zurück. Ja! 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 Alter, ich hab gewonnen! Ich hab doch nicht gewonnen! Oh, wow. Es war wirklich schön zu denken, dass ich die Runde tatsächlich gewinnen könnte. War so ein schönes Gefühl. Ja, es ist halt Mario-Party. Es kann dir auch nochmal alles passieren. Es ist Mario-Party. So funktioniert... Nee! Nee, du bist jetzt nicht beim Stern, oder? Alter, ich bin mir... Das ist so lächerlich. Ohne Witz. Das ist so... Hoffentlich wirf ich ne Eins oder ne Zwei. Du drückst einfach Null. Ich drück Null. Was ist das? Du drückst einfach 10. Och ne, das mag ich nicht. Das ist... Ich hasse das auch. Sorry, ich hasse das auch. Du gehst den Tod, hast deine Eier, obwohl der Prozess im Peach mit und sagst den... Nein, ich richte den Stern nicht. Warte, warte, warte. Was muss ich machen? Ja, das ist kacke. Ich mag das überhaupt nicht. Ich hasse das auch. Ich kann das vor allem nicht. Der Rand ist ja noch einfacher. Ja, toll ist der Rand. Ja, ich hab verloren, guck. Ja, hallo. Alter, die Steuerung ist doch so Müll, ne? Äh, komm, 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 komm. Hallo, so hat er doch. Alter, ich hatte es. Ich hatte es. Yes. Alter, knapp. Hä? Hohohohohohoho. Warte, wer hat jetzt von uns beide einen Minispie-Stern? Ich glaub du. Weil viele Münzen hast du. Bitte. Keine Eins. Gut. Lauf und Maik die Münzen. Der Krampf ist real. Das muss so sein. Alter, weg! Männischen 16 Münzen, Männischen 16 Münzen, Männischen 16 Münzen, Männischen 16 Münzen. Ohhhh. Ähm. Ich geh nach rechts. Ich geh nach rechts. Ich geh nach rechts, kriegst ein Item. Pfff. Ich geh nach unten zum Bowser. Wow. Wow. Ja, das krieg ich mit den Sternen nicht mal leisten, ne? Eine kleine Chance besteht noch. Maik, du hast eh gewonnen. Also halte ich noch. Wahrscheinlich hab ich gewonnen, ja. Oh. Hä? Das ist gut für Marc, dann hat er mehr Geld als ich. Ja, er kann eh nur maximal 12, 24 bekommen. Trotzdem hat er mehr Geld als ich. Er kann maximal 12 bekommen. Ja, natürlich geht auch Öl. Was willst du machen? Oder was willst du denn machen? Zum Zeitpunkt. Wartet die Funktur, probiert die Zeit ab und drückt hier zum Abschluss den Tag. Da ich hier mit kurz auf Högel gesteht, müsst ihr die Zeit abschätzen. Das steht da im Weg. Wie weitest du in deinem Weg verliert. Ja, wow. Und dann kommt Lag. Ja. Fünf Sekunden nach dem Start. Ja, warte mir noch eine Zahl. Ich guck mit. Ja. Du warst zu früh. Ah. Ja, Jungs. Nein, Schatz, wie viel kriegt der jetzt? Alles. Okay, der hat eh null. Der hat zwar jetzt mehr Geld, oder nicht? Ich glaube trotzdem, ja. Ist egal, der ist eh keine Konkurrenz. Wir haben ihn so rausgemobbt. Aber selbst, guck mal, selbst wenn ich zwei Bonus-Sterne kriege, was sein könnte, hast du immer noch den einen Bonus-Sterne damit gewonnen. Also einen habe ich saved. Den Münzstern. Komm, 1, 1, 1, 1, 1. Ah, schade. Warte, wo kann ich noch landen? Wo kann ich noch landen? Mit einer 4. 1, 2, 3, 4? Nein, 1, 2, 3, 4 bringt nichts. Äh, 1, 2, 3. Was bringt mir Bowser? War nix. Was bringt mir Itemfeld? Nichts. Letzte Runde. Soll ich zu Bowser? Nein, ey, komm. Muss das jetzt noch sein. Nein, ey, komm, Mike, bitte. Okay, dann nicht. Lass mir wenigstens mein Geld. Ja, komm, ich lande hier auf Itemfeld. Let's go. Was will ich jetzt meine Strennen noch? Alle gegen mich. Was ein Hingucker ich doch bin. Oh. Nein, warte, das kann ich nicht alleine. Das ist dumm alleine. Im Team ist man viel besser. Ah, komm. Hallo, ich würde die Steuerung wissen. Ah, ist dann. Aber nicht zu schnell. Ja, Junge, wenn zu nix. Geil. Achso, ich bin im Team mit euch, oder was? Nein, du bist alleine und wir sind im Team. Hä? Das ist unfair. Das war grad übelst unfair. Oh, das war dumm. Alter, hallo. Das ist so ein Sch***spiel, Junge. Was soll ich machen? Was... So, was ein spannendes Match, oder? Nein. So, wir wissen wahrscheinlich alle noch gar nicht, wer gewonnen hat. Aber... Das will ich euch jetzt erklären. Also, Mario geht erst mal einen Minz-Stern. Der reiche Sack. Kannst ja mit ein neues Spiel holen. Mario geht auch mal den nächsten Stern. Weil er einfach so cool ist und Mini-Spiele kann. Naja, immerhin. Und... 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 Oh, ihr beide? Ja, let's go. So, damit ist offensichtlich, wer gewonnen hat. Und zwar Mario. Nein, du. Du hast mehr Geld. Ja, aber du hast fünf Sterne hier. Ja, aber du hast fünf Sterne hier. Ja, du hast fünf Sterne. Ich hab nur vier. Ach so, ich hab vier? Ja, du hast fünf Sterne. Nein. Wir gehen mit der Evakuierung. Was passiert jetzt? Ich könnte mich hier so rumtanzen. Uff. Ey, was sind denn alle? Alter, mein Internet war weg. Wie könnte das denn sein? Es ist... Pitch. Pitches, 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 Pitches. Hey, die ist aber geil. Geil. Friss das, schwebe. Geblockt. Haha, denkst du mir ganz... Hopfer. Warte, ich kriege einen schweif nicht. Das ist jetzt die Sonic-Taktik, die sie macht. Pass auf. Das ist unmöglich, du kannst mir nichts anhaben. Jetzt ist es die Sonic-Taktik. Boah, Alter. Nein. Das machen wir wieder in den Ofen. Oh Gott, ich wüsste es für mich. Boah, cool. Du hast Max voll erforscht. Yeah, voll cool. Dafür gewinnst du jetzt. Ritter. Spiel kommt gar nicht drauf klar. Mit vielen Höhen und Tiefen. Ja, das war eine geile Party. Oh, der war wirklich so geil. Max war es fast gewonnen. Ich glaube, wenn ich mit euch spiele, immer wenn ich mit euch Mario Party 2 spiele, ich bin immer so knapp zweiter. Max, du bist diesmal nicht letzter. Und du hättest fast gewonnen. Also es war bisher deine beste Party. Ich hätte auch gewinnen können. Also, wie sieht es aus mit einem Minispiel? Ja, das war offensichtlich ein Minispiel-Game. Ja. 127 ist es. Achso, hier. Keiner annähernd so lang, Alter. Und warum dachtest du zusammenspieler? Ja, und Luigi hat es sogar besser als ich. Ja, ich dachte halt wegen dem Duellen. Das Ding ist, die beiden Chance-Times haben beide nochmal komplett alles verändert. Ja. Beim ersten hat Max sich gut gefühlt und beim zweiten dann wieder nicht. Dreimal Bowser. Dreimal Kampf. Krampf. Ich habe viermal Minigame gemacht. Krass. Habe ich gar nicht in Erinnerung. Ja, hat Spaß gemacht. Ja. Boah. Definitiv. Der Lack war aber heute echt schlimm. Ja. Ich sag nur, hu hu hu. Also ich wusste gleich gleich die Aufnahme-Bahn-Schau. Das war übelst lustig. Manni. Yeah. Und jetzt gehen wir in den Soft-Pack schauen. Das ist Bowser. Wenn ihr verliert, wird euch mit Aids infizieren. Wenn wir mal anenga Buddy auf dem Pass-Pack wissen. Wrigb lados. Ich weiß nicht, obwohl ihr auch noch eine Abente ontbauen werdet. Das war ein kleines deixst. Wals Crediere.